Wir testen einen neuen Tabak und zwar kommt von Aino eine neue Sorte, der Galecki. Also Galecki, ein Lychee-Tabak, wie man schon am Namen erkennen kann. Soll eine pure Lychee sein, wie das Ganze wirklich ist, gucken wir uns jetzt an, bauen aber zuallererst mal ein Köpfchen. So, ich habe hier übrigens auch von Aino noch so eine fancy Sortenübersicht mitbekommen, die lag mit im Paket. Ich hatte gar nicht auf dem Schirm, dass es so viele Aino-Sorten gibt. 15 Virginia-Sorten mittlerweile, 8 Darkblend-Sorten. Das ist schon wild, Digga. Gut, aber wir gucken uns heute den hier an, den Galecki, eine Lychee-Tabaksorte. Wir nehmen einen Primes und gucken uns einmal den Galecki an. So, Banderole, wie man es kennt, für Darkblend, 25 Gramm, kosten 4,99 Euro. So ist das leider. Dann hat man hier so eine kleine Alu-Abdeckung, die ziehen wir einmal ab. Und dann haben wir schon unseren Tabak da drinnen. Und man muss fairerweise sagen, von Aino die besten Dosen, die es gibt. Also generell, ich mag von den Verpackungen Dosen sowieso am liebsten, aber zum Beispiel die Blackburn-Dosen haben ja immer so einen ungünstigen Rand, wo man nicht rankommt. Und die Aino-Dosen, ich weiß auch nicht, ob die noch irgendwie beschichtet sind oder so, aber ich habe das Gefühl, aus den Aino-Dosen kriegt man einfach mit Abstand am besten den Tabak raus. Nicht nur wegen der Form, sondern auch wegen der Beschichtung oder der Beschaffenheit von der Dose. Das funktioniert auf jeden Fall sehr, sehr gut. Deswegen, beste 25 Gramm Verpackung Award geht für mich auf jeden Fall an Aino. Schnitt ist relativ fein. Er ist feucht, aber nicht zu feucht, würde ich sagen. Ab und zu hat man mal ein kleines Ästchen drin, aber nichts, was irgendwie krass stören würde. Ich finde generell, wenn ich an die ersten Aino-Produktionen von dem Virginia zurückdenke, da waren noch wirklich viele Ästchen drin. Aber Aino ist da wirklich gut dran geblieben und mittlerweile sind da fast keine Ästchen mehr drin, also ganz selten. Also auf jeden Fall mittlerweile so wenig, dass es auf keinen Fall irgendwie stört. Dann schaufeln wir hier unseren Tabak rüber. Wir sind mittlerweile bei 10 Gramm. Der Primis ist so semi-sparsam, also ist schon sparsam, aber das ist jetzt kein Low-Load. Wir sind jetzt bei 13 Gramm, das geht absolut fit. Eine kleine Gabel brauchen wir noch, würde ich sagen. Und dann sind wir final bei 14 Gramm. Das sollte aber dafür auch ein gutes Vollkontakt-Setup sein. Das heißt, wenn man kein Problem mit einem Noppenkontakt hat oder sogar Abstand raucht, dann sollte man da mit dem Primis auf jeden Fall zwei Köpfchen rauskriegen. Schnappen wir uns einen Zeva, machen einmal die Gabel sauber, gehen nochmal über den Rand von dem Kopf, damit auch der sauber ist. Und dann sind wir mit 13,6 Gramm ready. Wunderbar. So, wir haben den Galaxy von Aino wunderbar angeraucht. Nicht nur die Leachie soll aus einer anderen Galaxie sein. Auch ein Abo auf diesem Kanal wäre absolut aus einer anderen Galaxie. Machen wir erst nochmal kurz Geruch. Fruchtig, frisch, definitiv eine sehr krasse Leachie-Note am Start. Ich kriege aber bei dem immer so leichte florale Noten mit, die ich irgendwie nicht genauer beschreiben kann. Aber die sind auf jeden Fall da. Also es ist eine fruchtig, frische, leicht florale Leachie. Jetzt bin ich bei floralen Noten meistens raus. Bei dem kommt es aber nicht schlecht rüber. Also wo mich sonst normal florale Noten abschrecken würden, ist es bei dem nicht schlimm. Ne, also du hast eine geile Kühle, du hast eine gute fruchtige Note, du hast eine ganz klare Leachie am Start. Und im Abgang, im Hintergrund diese floralen Noten mit dabei. Next Check, Rauchentwicklung. Da kann man sich nicht beschweren. Wunderbar, 1A. Ja, also läuft butterweich, wie wir das schon so oft bei Aino hatten. Der ist nicht allzu stark. Der ist so im führenden Dark Blend, so im Zwischen-Niedrig-Nikotin- und Mittel-Nikotin. Also ich würde sagen, wenn ihr noch ein bisschen Angst vor Dark Blend habt, ist der Aino zusammen mit Sebero, mit Dark Side Base so das Beste, was ihr zum Einstieg probieren könnt. Es ist aber auch nicht so wenig Nikotin, dass ich als kleiner Dark Blend-Suchti da irgendwas vermissen würde. Also das ist absolut in Ordnung, so viel Nikotin, wie da eben am Start ist. Eigentlich ein sehr gutes Mittelmaß gefunden, würde ich sagen. Vom Geschmack her ist es sehr ähnlich zum Geruch. Ihr habt eine süße, fruchtig, frische Lychee, die ganz klar im Vordergrund ist und im Hintergrund wird es sehr komplex und verrückt und schwer zu beschreiben. Aber im Grunde sind das nur noch so die letzten 10%, die so im Abgang mitkommen. Und die sind wie im Geruch, so leicht floral, gleichzeitig, das ist kein cremiger Tabak, aber so ganz leicht im Abgang kommt so was vollmundig cremiges mit. Ist ein bisschen verwirrend der Abgang. Ich finde es gut, obwohl ich normal weder floral noch cremig mag. Deswegen sage ich auch nicht direkt irgendwie schreien, wenn ich cremig sage. Erstens sind das nur so die letzten 5-10%, die da so irgendwie mitgeschwungen kommen. Aber ist sehr lecker. Also wirklich gute Lychee-Note. Mir gefällt er. Hatte ich auch schon in einigen Mixes zu Hause am Start. Das ist tatsächlich das erste Köpfchen, das ich pur von ihm rauche. Habe aber daheim schon einige Mixes durchprobiert. Für mich Lychee perfekt zu allen möglichen leicht bis full exotischen Früchten. Passionsfrucht, Mango, Kiwi, alles was so in die Richtung geht, passt der einfach geisteskrank nice dazu. Lässt sich aber auch sehr, sehr einfach mixen. Also ich hatte den eigentlich noch in keinem Mix dabei, wo ich mir dann dachte, das wäre definitiv ohne Lychee besser geworden. Sehr geil, dass Eino den nächsten Dark Blend raushaut. Ich bin sehr gespannt. Auf dem Flyer war noch der Kiwi mit drauf. Der ist ja auch noch nicht raus, wie der so wird. Aber von der Qualität von Eino auf jeden Fall vielversprechend für die nächsten Sorten. Ich bin gespannt.